Und damit ihr wisst, dass es ein Rennlenker ist, legt das an die Seite. Oh, komm. Ja, mach. Gib alles. Arme nach oben, Arme nach vorne. Die Hände unten in diese Art Rennlenker. Und dann machen wir. Zweite Mal. Arme nach vorne, nach unten. Und nochmal. Und jetzt nochmal. Arme nach oben. Nach vorne, nach unten. Und ich möchte mich wirklich und alle Kolleginnen und Kollegen, die hier sind. Und alle beteiligten. Nochmal richtig herzlichen Dank. War toll. Vielen, vielen Dank. Und dann. Vielen, vielen Dank. Ich hab gelobt. Okay, Ralf. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß, für euch geht es...